In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie man manuell Werbung bei Windows 10 nachträglich deaktivieren kann. Freundlicherweise hat mich jetzt einer meiner Zuschauer darauf hingewiesen, dass das natürlich auch automatisiert geht und es Tools gibt wie den Windows 10 Deep Loater, die das auch noch deutlich umfangreicher machen. Und den schauen wir jetzt uns in diesem Video an. Dazu habe ich ja auch keine Kosten und Mühen geschollt. Ich habe sogar meine Windows VM komplett neu aufgesetzt mit dem aktuellen Windows 1909 Update, so dass wir mal sehen können, was bei so einer frischen Windows 10 Installation alles noch an Werbung vorinstalliert ist. Im Hintergrund seht ihr jetzt ganz gemächlich die Windows 10 Installation laufen. Habe ich ja für euch natürlich ein bisschen schneller gedreht. Die ISO Datei habe ich also direkt von Microsoft und habe das in meiner VMware installiert. Zu Windows 7 Zeiten kann ich mich noch erinnern, da hat man dann auch wirklich eine saubere Windows Installation gehabt, ohne Zusatzsoftware vom Hersteller drauf. Hat man einen PC im Handel gekauft, ist da oft eine Recovery Partition vorinstalliert gewesen vom Hersteller des Gerätes. Und wenn man die zur Installation von Windows benutzt hat, hatte man die ganze Pilotware vom Hersteller drauf. Pilotware beschreibt halt Software, die vorinstalliert ist. In der Regel bekommt der Hersteller Geld dafür. Das kennt ihr auch in Android zum Beispiel, wenn ihr ein Samsung oder Huawei Handy habt. Die haben dann wiederum ihre eigenen Apps drauf. Und das ist ja nicht immer im Sinne des Benutzeres. Ich möchte ja als Benutzer eigentlich ein möglichst nacktes Betriebssystem haben und ich installiere mir selbst eben dann, was ich brauche nach. Ja, bei Windows hat das jetzt leider auch um sich gegriffen, sogar in der original ISO Datei von Microsoft. Ich verschaffe mir hier jetzt erstmal einen groben Überblick, was überhaupt an Werbung vorinstalliert ist. Am auffälligsten ist das Ganze natürlich hier im Startmenü. Ich habe jetzt seit Jahren auch Windows 10 installiert und den Shop braucht man eigentlich nicht, wenn man den als Desktop PC einsetzt. Also auch das ist irgendwie unerwünscht. Was leider auch immer wieder mit installiert wird, ist OneDrive. Und wir schauen uns jetzt gleich mal den Deploater an und wie es nach Ausführung des Deploaters dann hier aussieht. Manchmal gibt es auch böse Überraschungen in den Videos. Der Deploater für Windows 10 hat bei mir null Effekt gezeigt. Ich habe genau nach Anleitung ausgeführt, habe die Restriction Policy gesetzt, habe PowerShell als Administrator ausgeführt. Trotzdem, alle Apps waren noch da und die waren auch noch im Startmenü zu sehen. Deshalb versuchen wir jetzt eine andere Methode, nämlich nicht den Windows 10 Deploater, sondern Depload Windows 10. Auch der basiert auf einem PowerShell-Skript. Wir scrollen jetzt hier also mal ein bisschen runter. Hier kann ich dann erstmal die ZIP runterladen. Die speichere ich jetzt und öffne mal den Ordner. Hier habe ich jetzt eine ganze Menge interessante PowerShell-Skripte drin. Um die jetzt auszuführen, müssen wir das natürlich auch wieder mit der PowerShell machen. Dazu halten wir uns auch wieder ganz brav an die Anleitung. Ich kopiere mir den als erstes mal hier raus, wieder unter Downloads. Und wechsel mal hier in den Ordner. Wir gehen zurück auf die README und jetzt schauen wir mal, was hier ausgeführt wird. Interessant finde ich schon mal, dass die Execution Policy für den Scope Current User ausgeführt wird. Das kann natürlich sein, dass das vielleicht irgendwie der Hänger von vorhin war. Aber gut, wir schauen mal. PowerShell wieder als Admin ausführen. So, die setzen wir wieder auf Current User. Und jetzt wechseln wir mal in das Verzeichnis mit den Skripten rein. Und hier sollen jetzt die Skripte entblockt werden. Okay, ich kenne mich mit PowerShell nicht aus. Ich führe einfach blind aus, was da steht. So, install all available updates of your system haben wir gemacht. Edit Scripts to fit your need. Wir lassen die so, wie sie sind. Und die sollen als Administrator ausgeführt werden. Open Windows PowerShell, Open Windows PowerShell as Administrator. Haben wir gemacht, habt ihr gerade gesehen. Gut, das Computer neu starten ist ja dann erst, nachdem wir diese Skripte ausgeführt haben. Schauen wir mal, was der für Skripte im Angebot hat. Die sind ja benannt. Der sagt jetzt hier zum Beispiel Remove Default Apps. Ich gehe mal hier auf Edit. Und hier sehe ich die Default Windows Apps, die Remeda entfernen will. Ja, okay. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir mal das hier, Remove Default Apps. Ich sage Run Once und nochmal mit R bestätigen. Und jetzt tut er auch offensichtlich was, weil ich hatte gerade noch die Wetter-App hinten offen. Die hat er mir jetzt gerade abgeschossen. So, angeblich hat er jetzt einiges entfernt. Und zumindest sehen wir hier schon mal was. Oder sehen weniger als vorhin. Auch das Ganze hier ist kürzer geworden. Also auch Xbox hatten wir vorhin da unten. Das fehlt alles. Es wäre jetzt natürlich noch schön gewesen, diese Microsoft New Star wegzuhaben. Ja, das Ganze hat jetzt trotz mehrerer Versuche, Neustart und nochmal Anleitung lesen und den Skript nochmal ausführen, alles nicht geklappt. Diese beiden Apps, die ich da jetzt sehe, die sind jetzt übrig geblieben. Die habe ich jetzt ganz klassisch. Rechtsklick, uninstall, deinstalliert. Funktioniert natürlich auch und das Skript hat mir auch tatsächlich Arbeit abgenommen. Insgesamt finde ich es aber umständlich, weil bis ich dann jetzt die ganzen Skripte runtergeladen habe, habe ich auch eben die Apps deinstalliert, wenn ich am Ende eh noch zwei Apps manuell deinstallieren muss. Es gibt also aktuell noch keine so richtig zufriedenstellende Lösung, wie man schnell und einfach Windows 10 Bloatware loskriegt. Beide Skripte sind allerdings noch in der Entwicklung, das heißt, diese Sachen können auch gefixt werden und vielleicht ist es ja in Zukunft besser geworden. Ihr könnt ja mal die Kommentare nutzen, ob ihr es geschafft habt, mit einem der beiden Skripte eure Bloatware loszuwerden. Zu Windows 10 habe ich noch mehr Videos gemacht. Eine kleine Auswahl davon bekommt ihr jetzt hier im Abspann präsentiert. Mit denen könnt ihr Windows dann weiter an eure Bedürfnisse anpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.